ARD Text im Auftrag von Funk Sie sind kein Paar mehr, oder? Seit zwei Jahren nicht. Das wissen Sie doch. Mir hat Simon seine Freunde schon lange nicht mehr vorgestellt. Mich hat er ja vorgestellt. Ist nur nicht mit mir geredet. Mein Sohn ist verschwunden. Es fehlt seit einer Woche jede Spur von ihm. Und du fängst an, hier mit einem Autoverkäufer zu flirten. Wie alt ist denn der 18, ja? Und Simon, du l'embrassest auch? Und du kommst, du le faire?